Läuft? Ja. Läuft. Gut. Ja. So. Ja, willkommen in meinem Fotogarten. Ich werde euch jetzt in Zukunft hier aus meinem schönen Schrebergarten, den ich hergerichtet habe, den ich vor einer Weile geerbt habe, immer wieder mal was zum Thema Fotografie berichten. Ich werde Gäste haben, wir werden hier grillen, wir werden hier fotografieren und vor allen Dingen auch zeigen, dass man nicht unbedingt weit reisen muss, um schöne Fotos zu machen. Und ganz ehrlich, der Rasen hier, der ist super cool. Ich werde Gäste haben, ich werde Gäste haben, ich werde Gäste haben, wir werden hier in meinem Teich. Ich habe heute Gäste, ihr hört es schon gleich nebenan in meinem Teich, eine ganze Horde Frosche. Ich sage es euch, da geht es doch richtig was ab. Ihr hört es ja schon. Ich gehe jetzt mal mich umziehen, die Gartenhose aus, ein paar schickere Schuhe anziehen. Bleibt dran, habt viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.